Ich dachte echt, ja ich glaube an den habe ich damals mal free to play, wo ich die gespielt habe. So wird das nichts. Mit Gold, da brauchst du schon die OP Champions. Ja. Ja. Aber weißt du, welche Art jetzt die OP sind? Esreal. Esreal, der ist im Late so schwach, finde ich. Er hat gerade mit schon Esreal hart auf die Fresse bekommen. Ich finde Esreal jetzt auch nicht als Nummer 1 ADC. Momentan ist er zumindest mal in den Tierlisten der einzige ADC, der als OP genannt wird. Er kann Marvin einfach nicht spielen. Aber dafür sehen wir eigentlich quasi nie einen Esreal. Ich finde Esreal ist immer OP, ich finde ihn geil. Boah, das ist so überklocken, geil. Weil man auf zwei Sachen einfach bauen kann. Wenn du gut dabei bist, dann kannst du einfach voll auf Damage gehen. Wenn du halt scheiße dabei bist, dann machst du halt Blue Build. Dann hast du wenigstens noch halt ordentlich CT und dann kannst du dir auch auf den Boken zu helfen. Philipp. Oh ja. Der konzentrierte Geist kann selbst Stein durch... Von der Noob, ey, auf der Topplane. Ja, wie war's Klettern dann gestern? Wetter war ja klasse. Ja, war gutes Klettern, aber anstrengend war's. Ja, du bist Klettern gegangen. Ich war schon ewig nicht mehr. Philipp ist einfach nur fett geworden. Ja. Kann er sich gehen lassen, muss er nicht mal auf sein Äußeres achten. Ja, genau. So ist es. Ja. Das ist halt echt schon eine Beleidigung. Philipp geht zum Klettern, aber der hat gefragt, ob er so gut war, weil er so fett ist. Ja, ich bin nicht schon ein bisschen. Ja, ich bin ganz gut. Bisschen Respekt, ne? Ach, verdammt. Voll verkackt. Ich hatte jetzt gedacht, ich war voll mega-move. Ach, Gangslanker für Toplane. Ich hab' sie auch noch verkackt, Mann. Einfach so nervig mit seiner Scheißpistole die ganze Zeit. Ups. Ich hab' sie gar nicht so entgegenzutopen, das ist so nervig. Hochheeren? Ach, gibt's ja nicht. Nein, der hat nicht gewacht. Nein, der hat die Heal plus das Schild von Crash gekriegt. Die Sack, die Ratte. Ja, das passt sogar aus. Bitte. Nöööö. Nöööö. Ist der größte Team Jetzt hast du es gestanden, jetzt kill ihn Willst du mich verarscht? Ja was soll ich denn machen außer Autoattacks? Da, jetzt haben wir auch das Ding da hinten Weiß nicht, Ulti Ja, Ulti, Level 3 Hier, guck mal Also ich verlippe, ich komme mal von hinten Maschinengewehr Biu, 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 biu Ich kann nur nicht so richtig reingehen Ah, schön Hui Also ich komme gerade wahrscheinlich seit Joana Ich muss aufpassen Weil die war auch hinter mir im Jungle Pfff, warte mal kurz Das nervst du irgendwas Ja Das ist aber mutig darauf, da hinten zu stehen Ja, die wissen, dass wir nicht greifen können Wer sagt das? Sag ich Warte mal ganz kurz Ja aber, ich könnte ja mal von der Seite reingehen Ja Jetzt hören da verschwinden immer so Minions Oh, von Check das gar nicht Der hat den Minion dematerialisiert Das heißt, er kann immer so Minions töten einfach Okay Also das war gerade richtig dämliche Aktion Mit der Zeit ist es dann halt so, macht er gegen die Minions, die er getötet hat, mehr Schaden Habe ich auch gedacht Was gegen die Minions, die er getötet hat Ah, ich glaube der wollte mich so reinträgen in Tau Also gegen den Typ von Minions Das heißt, wenn der Kanonen Minion dematerialisiert, macht er halt immer mit gegen die Kanonen Achtung, unten bei euch Woah, jungle, jungle, jungle Ja, haut ab Ich komme auch, ich komme auch Okay Ah, Mann Da kommt Karma Achtung, da kommt Karma Geben wir auf die Karma Wuhu Wir sollten mal weg, weil die kommen jetzt alle Wir gehen weg Wir gehen weg Hm Und den Twitch Der Twitch hat keinen Flash Ja gut, oder so Kann man natürlich auch mal machen Kann man natürlich auch mal machen Kriegt man den gedived? Der hat keinen Flash, also Ja Ach, die Drecks Minions Killen mich Warte mal, ich muss hier Warte Warte Sonst Nein, Marvin Geh rein in den Busch Geh rein in den Busch Geh rein in den Busch Ja, aber ich spiel gerade Das ist schwer in der Beschreibung zu lesen Ich bin mal ein bisschen vorm Ich bin immer noch Ich bin mal ein bisschen vorm Ich bin immer noch Aber laufen die auch irgendwann mal ab? Ne, aber ich kann nur 3 Geh rein, ich bin immer weiter Oh, der kommt, der kommt Oh, der kommt, der kommt Achtung Ja geil Tschüss Marvin Bild, Achtung. Ja, gefaucht. Boah, ich hab auch gekriegt den Gold. Ja, Mann! Ja, welf! Puh! Seht ihr eigentlich, ist sie behindert oder hat die einfach... Weiß ich nicht, irgendwie wollte sie weghauen, aber entweder ist sie gegen einen von uns gedonkt, falls das geht, oder halt gegen die Mauer, weil sie deswegen nicht weggesprungen über die Mauer. Ja. Nein! Level 6 und Level 7. Ich hab auch CP dabei, diesmal. Wenn die unten reinfischen, kann ich auch so, mich hinter sie supporten. Kevin, willst du wieder? Ja, lass sie erstmal vorkommen haben und gehen wir weiter hinten rein. Jetzt können wir es gerne mal probieren, falls es klappt diesmal. Alex? Alex? Ah, alles gut! Scheiß Fresh mit seinen Laternen, ey! Oh, weg, 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 weg! Habt ihr alles, oder? Na, wir sind vielleicht tot. Äh... Ja, du bist am falschen Pussy, aber sonst... Ja! Nein! Der hat ihn noch überlebt! Der hat beide eh noch überlebt. Ah ne, ich hab nen Twitch, wow! Und du hast noch nen Dings... Ja, dann war's 12. Red Buffo und Ignite OP. Okay! Hehehe! Ich hab er bis hier da auch ganz gut durch die Mitte jetzt mit den... ... 3 Kills, die sie sich vorher oben geholt hat. Ah! Und du kannst jetzt auch wieder mit dem dealen, oder? Bitte? Ja, ich hab's am Anfang falsch gespielt. Ich hab zu defensiv gespielt. Ich war, glaub ich, von Anfang an stärker wie der. Ich hätte einfach... ... nur nicht auf seinen Poke eingehen dürfen, weil sie... ... ihm gar nicht hier seine... ... seine Fässer da verteilen lassen. Mach mal, mach mal Drache! Weil's jetzt schon Arnie ist gerade in der Mitte beschäftigt. Jo! Da sind noch ein paar Dinger vor mir, das finde ich gar nicht... Paar Klocken, Digga! Ich will voll der Klockensammler! Klocken... So ne, ich bin hier! Was machen die Klocken? Oh, kein Flash kommt hier! Maler! Der Hund, den Killmoss! Komm, hier rein, hier rein, hier rein, Leute! Ach, schade. For God. Nicht so geil, ne? Ah, der Trash hat uns geflasht auf die Klocken. Oh! Oh! Oh, nein! Oh, nein! Ah, ich hab keine Ahnung was ich mache. Achtung, die Citroane kommt irgendwie zu euch runter. Oha. Cool. Fuck, ich hab zweieinhalbtausend Gold. Oh, fuck wir den Scheiß. Jetzt aber auch hinter euch ist Switch, hinter euch Switch. Hast du Citroane gesehen? Ja, die hat gerade alles rausgehauen bei ihrem Blue Buff. Und Cycle. Hahaha. Hahaha. Zerrissen. Komm, holen wir uns gleich oben Gangplank, oder? Ja. 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 Jawohl, der geht jetzt eh weg. Den krieg ich. Oh, schade. Wir gehen, wir gehen hier ohne Hilfe. Wuhu. 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 Mal den Herald alleine. Mal gucken, ob ich das hinkrieg. Boah. Wuhu. 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 Hab ich mir auch kranker Brug. Wir hätten die wahrscheinlich sogar gekriegt, Alex, oder? Mal den Herald. Ja. 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 Ja, der darf mich raus springen. Ja, ich bin eins. Ja, wirklich kranker. Ja, da darf ich raus springen. Ja, ich bin doch kein Weg, oder? Huh. Immer easy, Leute. Immer easy durch die ... Hose. Das war lustig. Ich würd sagen, der Pushen ist ein Wort. Au Marvin! Alter, warum komm ich da nicht durch? Kannst du den nochmal stunnen? Ja. Ich hab's gedacht, der könnte kurz den Tower machen, oder? Mach mal hier den Herald, den können wir den Tower einfacher machen. Ja. Ja, du bist so Chunk, aber nicht wir. Kannst du den noch gar nicht. Was ist denn ein Botlan, ist mir scheißegal. Oh, die ist mittler. Oh, die machen das alle. Komm Kevin, wir gehen. Die machen einfach kurz. Komm Marvin, wir machen mittler. Wir klatschen die einfach. Okay, vielleicht doch nicht. Wir können gleich... Ich hab's doch vieles hin. He he. Ein Hit. Oh, ich bin grad weit weg. Ich kann nicht mehr weiter. Ja, alles gut, alles gut. Mittlerweile auch Karma oben. Schüsse. Ah, die haben wir dafür mit Tower auch noch. Ja, die haben wir jetzt nicht zu spüren. Ja. Hi, wie lustiger. So, jetzt habe ich 3000 Hacken, jetzt gehe ich mal einkaufen. Na ein Trick Keine Ahnung Ah Toplane, das hört sich nach nem Plan an Klatsch über den Oh, hinter mir ist Twitch Ey Trash Bring den vielleicht mit nach oben Ah ne Alter ist das ein Rape Dann können wir auch ihn Oh jetzt rennt aber Haha Kevin geht mir sneaky dahinter Ich bin auch gleich da Ich bin auch gleich da Ne, die Kante nicht mal was geführt Die Karma Weil die Boah, fuck Ja, nice Boah geil, pluber Mein wahrer Meister Ist ein ewiger Schild Ich weiß nicht Ich weiß nicht Der macht den nächsten Marvin Go, 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 go Hinter euch, da kommen Das ist der Johnny Ne, das sind nur zwei Komm, geht drüber, geht drüber Trash drei Stück Komm auch, ich komm auch Boah, ich komm auch Fucker, mit kein einzigen erwischt Doch, ich hab den Tisch gefokust Ich hab einfach nur überlebt Ich hab einfach nur überlebt So Das war vielleicht nicht die geilste Idee Aber Das war vielleicht doch Noo Jetzt Kevin, Kevin Ich bin tot Hey Marvin, nice Mama Oh, hier kommt Bin ich raus Du musst nur auf deinen Sprung warten Marvin Wenn du kannst Das stand ich Nein Egal, mal shoppen Äh, zu gut Lass dich nicht von Stolz blenden Ja, das war alles Flamen Er kann nix Ja, kill ihn, kill ihn Ich hab halt nix mehr Ups Sag doch, er kann nix War das dein Ernst gerade? Hansi Geil, fünfer Team Du Philipp, du bist halt schon ein bisschen Fett, weißt Hallo 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 I don't know how it can happen Du klatschst in den drei Hinten, also drei Autotext Normalerweise vielleicht noch ein W dazu Irgendwie macht hier Spaß, muss ich sagen Ja, ein W hatte ich gerade Ein viertes Leben abgefährtes Leben Er war fast Wenn du rockst, wenn du nicht rockst Das ist der Tümmel ist kacke Kevin, ehrlich, ich bin gleich bei dir Ja, ist er nicht Hanns HINockt HINockt bumps wyst D Was ist es denn? Junkler, Toplaner, oder? Nein, was mach ich denn? Ich bin ja relativ fett, denn ich könnte ein Solo-Baron machen. Das ist okay. Mach. Ich warte extra hier. Das war ne Frage. Nein! Nein! Ich Idiot! Mach mal, ich mach von hier oben ein bisschen. Ah, mit Ulfie hätt ich's vielleicht wieder geschafft. Ja, bleib hier stehen, bleib hier stehen. Ja, perfekt. Ach, ich muss hier. Ja, selber Stück, wenn man außen rum geht. Hallo. Was auch ne geniale Combo ist, ist, wenn du Skarner als Jungler hast und Fresh als Supporter, dann kannst du, während der Skarner jemand einen Gegner zieht, kannst du ihn mit der Fresh-Hook noch weiter wegziehen. Äh, mit der Fresh-Laterne. Machen wir so lange den nächsten Drachen. Der ist ja da oben beschäftigt. Ey, ich will mich verarschen. Da wird das nix mit mich selber heilen. Hihi. Ach, ich will mich deshalb wieder auf den Weg. Ach, ich will dich. Ach, ich will mich sehen. Ach! Ach, ich will mich. Ohr. 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 Vor Arsch. Okay, das sah lustig aus Alex. Der Typ läuft da rein. Oh Nice damage würde ich sagen Was heißt denn Fun? Family? Lass dich nicht von Stolz blenden Wird das halt auch nicht aufgeben bei 42,15 Ja die können das im Late schon noch coolen Sehe ich auch so Wir haben ne geile Frontline und Twitch Und Twitch der von hinten knetzen kann Oh 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 Tag, Mama.